Die Herausforderung steht noch, oder? Ich hab die Strecke für dich warm gehalten. Und? Bist du bereit? Wir sehen ja gleich, wie ich mich mache. Ich bin bereit. Gleich wirst du verlieren. Erwischt. Wunderbar. Das war nicht allzu schwer. Super! Das läuft aber gut. Erwischt. Das war nicht allzu schwer. Geschafft! Hat das jemand gesehen? Das war gar nicht schlecht. Beeindruckende Arbeit. Aber freu dich nicht so früh. Ich hole dich sofort wieder ein. Meine Familie wird es nicht glauben, wenn ich ihnen davon erzähle. Sie sind fast so ehrgeizig wie ich. Fast. Es hat Spaß gemacht, mich mit dir zu messen. Das finde ich auch. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. Du machst unserem Haus Ehre. Pass gut auf dich auf. Das war wohl Mr. Weeks bisher beste Verbesserung. Wie geht's meiner Lieblingstest-Pilotin? Hallo nochmal, Mr. Weeks. Ich hab den Rekord auf dem Südkurs gebrochen. Fantastisch! Der Besen flog also gut? Die bisher beste Verbesserung. Er fliegt wunderbar. Extrem wendig. Aber bei dem Tempo, das er jetzt erreicht, spüre ich den Wind unter dem Sitz. Er verhindert, dass er sein volles Potenzial entfaltet. Natürlich! Das hätte ich mir denken können. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals. Vielen Dank. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Na, wonach suchen Sie heute? Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald.